Musik Ich möchte Uli herzlich begrüßen, tanzt du auf der Spiegel, die Spannung steigt. Wir haben einige Gutschen aufgeliefert, sie sind zwang geworden, das ist echt schön. So, es geht am ersten Preis von der Firma Lagerhaus, Krain, das ist ein Upschaubraumflug, dann schauen wir mal, wer hat ihn gekriegt. Schön hüllen. Der Karl lässt ihn vor, ich glaube der geht in seine Heimat. Ja, der geht nach Waldhausen im Strubengau, die Kaislgruber Andrea aus Handberg Sieben. Im Kottland habe ich schon gesehen, da. So, einmal, hier, Bergwold fahren. Das ist ein Teil ab. Ja, das ist ein Teil ab.